Es ist ganz egal, wie Sie es beginnen und wie Sie die Regelung anfassen. Wir nehmen uns Zeit für Sie, wir begleiten Sie in einem strukturierten Prozess und die Menschen, die ich bis jetzt erlebt habe, dem ging es danach besser. Die Dinge sind geregelt. Es ist ganz egal, wie Sie die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen,